joo pizze freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen video hier auf diesem kanal auf jeden fall ja heute bestelle ich mir einfach mal ein mikrofon auf wusch weil ich brauche eins zum videos drehen und ja dann gehen wir jetzt einfach mal auf wusch rauf so dann sind wir jetzt schon im hauptmenü reingekommen dann suchen wir jetzt mal in die suchleiste schreiben wir mal von jetzt muss das hier wohl ein bisschen laden oh hier sehe ich schon mal ein sehr cooles das gefällt mir irgendwie sehr hier kommt noch mal ein sport das nehme ich so freunde dann kaufe ich mir das mal in gold und dann sehen wir uns wohl wieder wenn das paket hier ist ja freunde auf jeden fall es hat gerade geklingelt und ja ich denke der postmann ist gerade hier oh ja es klingelt schon wieder so freunde alter dann schauen wir jetzt hier mal auf jeden fall jetzt endlich nach zwölf tagen kam das paket von wusch an und ja ich war so lange drauf also ich habe mich so lange schon drauf gefreut und ja jetzt kann ich endlich auspacken auch noch mal ein paket das ist jetzt aus karton t shirt auch noch mal mal mikrofon richtig cool und wahrscheinlich die marke oder so ja dann muss ich jetzt mal schauen so öffnet man das wenn ihr ihn jetzt mal zu euch so ich habe es noch nicht so mein gott luxus ich halte jetzt noch kurz in die kameras machen machen nehmen wir mal das ganze zeug hier raus und legen das hier weg so jetzt sind wir schon mal ein schutzaufsatz wo soll ich von einem song aufnehmen so sieht auf jeden fall richtig gut aus wie in einem studio und hier ist das goldene stück hier haben sie auch in golden bestellt ich dachte einfach ja golden passt am besten zu mir dann hier noch den aufsatz für das mikrofon und ja dann hier noch den mikrofon halter mit dem kabel denke ich mal zusammen so dann hier soll ich das stativ vom mikrofon und ganz im solz wow alles wirklich so neu das hier ist übelste also so verschiedene richtungen also das kann man sehr gut dehnen so dann das hier ist glaube ich der anschluss der anschluss ja der anschluss für das mikrofon dann kriegt man auch tun das hier das weiß ich gerade nicht was es ist aber ich denke das kann man mit dem mikrofon verbinden und dann auf ein anderes gerät das ist viel an den tisch ran zu machen das ist auch sehr hilfreich und ja es kommt noch mal etwas ganz wichtiges für die aufnahmen und zwar ja den halter den mikrofon ja das kann man dann hier so rein stellen dann kann man richtig gut aufnehmen denke ich mal das sieht so cool aus so dann probiere ich das jetzt mal ein bisschen zusammen zu setzen und dann sehen wir uns wieder so freunde auf jeden fall ja ich habe jetzt das mikrofon von endlich aufgebaut und ich muss zugeben es war ein bisschen schwierig alle teile zu verbinden aber ja es hat trotzdem geklappt richtig cool auf jeden fall ja jetzt werde ich mal das mikrofon testen und ja ich habe jetzt gerade das mikrofon an das iphone angeschlossen und ja ich teste es jetzt einfach mal mit der tonqualität und ja 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 hallo 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 so freunde jetzt habt ihr habt ihr mich hoffentlich besser gehört als sonst und ja also das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat dann vergesst nicht zu abonnieren like dieses video und ja schreibt fragen in die kommentare also ciao hallo 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 hallo